Hallo aus Essen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hafenstraße, unser RWE-Videotalk. Ja, im Stadion wurde er schon verabschiedet, hier bei uns im Talk noch nicht. Markus Ulich ist heute zu Gast, wir freuen uns. Wir wollen ihm auch noch mal die Gelegenheit geben, noch mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen, über die letzten Jahre sprechen. Das ist schon eine lange Zeit bei Rot-Weiß Essen gewesen, wir haben schon angekündigt. Auch eure Fragen wollen wir heute beantworten, habe ein paar Fragen gesammelt, können wir sicherlich immer mal wieder einstreuen. Ralf, nichts vergessen, auch heute an meiner Seite. Hallo. Und vielleicht direkt noch der Hinweis, wir werden uns heute nicht so an die 19.07 Minuten halten, sondern einfach gucken. Verlänger und Elfmeter schießen. Genau, einfach mal gucken, wo es hinfällt. Kein Sieger. Genau. Ich habe es gerade gesagt, Sie wurden, ah nee, Ralf, du wolltest die erste Frage stellen. Jetzt wollte ich schon direkt loslegen. Du hast mir vorher noch gesagt, du möchtest die erste Frage stellen. Ja, ganz genau, weil am Freitag endete dein Arbeitsvertrag mit Rot-Weiß Essen am 31. Mai, am Samstag bei die Pokalauslosung und dann saß ich so entspannt bei der Auslösung und plötzlich schoss mir Markus Ulich durch den Kopf und ich habe mich gefragt, wie sitzt der Markus jetzt da? Als Fan, als Sympathisant oder ist er noch so im Betrieb, dass er gleich denkt, Leipzig, was muss ich da alles organisieren? Was kommt da auf mich zu? Ja, das ist eine gute Frage. Also an irgendwelche Organisationspflichten oder so habe ich in der Tat nicht gedacht, aber natürlich denkt oder habe ich noch genauso gedacht, wie ich in meiner Rolle ja auch gedacht hätte. Ja, also natürlich wird die Hafenstraße voll werden. Da muss sich keiner Sorgen machen und vielleicht ist dieses Spiel dann doch auch ein bisschen einfacher für die Kollegen zu organisieren, als wenn meinetwegen, weiß ich nicht. Schalke 04 oder so gekommen wäre, aber RB Leipzig ist jetzt nicht unbedingt oder steht jetzt nicht unbedingt für die Mega-Attraktivität des Namens, dass sie Topmannschaft in Deutschland sind, vielleicht auch in Europa, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das heißt, sportlich maximal anspruchsvoll, aber von einer Gesamtbewertung Attraktivität des Spiels vielleicht nicht so, wie sich das der ein oder andere gewünscht hätte. Ja, das war meine erste Reaktion und ich glaube, haben sich auch schon einige ähnlich geäußert. Ja, trotzdem, ich werde es mir natürlich angucken, das Spiel. Verloren ist ein Spiel erst dann, wenn es verloren ist. Live im Stadion? Ja, mal schauen, mal schauen. Ich habe eine von zehn Spielen gewinnt Rot-Weiß-Essen eins. Vielleicht ist es ja das zehnte. Lass uns mal so ein bisschen zurückblicken auf die letzten Tage. Ich habe es gerade gesagt, im Stadion groß verabschiedet worden, Dauerkarte, lebenslänglich noch ein Trikot bekommen. Seit diesem Tag, dann kam irgendwann der letzte Arbeitstag, der 31. Mai. Wie haben Sie die Tage erlebt? Wie kann man sich das vorstellen? Ist da noch viel so Orga-Kram zu erledigen oder ist es mehr, man geht irgendwie immer durch alle Abteilungen und verabschiedet sich? Nehmen Sie uns mal mit, wie kann man sich das vorstellen? Ja, durch alle Abteilungen gehen, sich verabschieden. Das hat stattgefunden, klar. Es gab auch eine interne Verabschiedung in der Geschäftsstelle mit den Gremien. Dann rund um das Niederrhein-Pokalfinale dann auch die öffentliche Verabschiedung. Das ist aber kein Knall auf Fall. Jetzt ist vorbei und man hat nie wieder was miteinander zu tun. Ich werde auch heute noch mal in die Geschäftsstelle fahren, weil wir schon noch ein, zwei organisatorische Dinge zu erledigen haben. Also das ist so ein bisschen dann auch ein fließender Übergang. Und ja, ich habe das vorhin schon gesagt, heute ist Dienstag, ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich quasi ja nicht mehr im Dienst bin. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Das ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich da schon irgendwie großartig ein anderes Gefühl so wahrgenommen habe. Ich bin ja mehr auf der sentimentalen Tour, habe ich ja schon angekündigt heute. Das ist auch heute, glaube ich, erlaubt. Ja, genau. Ich erinnere mich noch an den ersten oder an den ersten offiziellen Tagen, die erste offizielle Vorstellung unten im Medienraum. Michael Welling saß da, du saß da. Michael Welling war ein Visionär, der hat alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen und da sitzt plötzlich jetzt Markus Uhlig daneben und du warst noch sehr ruhig und zurückhaltend. Und ich habe so gedacht, sind die Schuhe nicht zu groß für ihn? Ist er jetzt nervös, hat er Respekt vor dem Job? Wie war das damals? Also Respekt hatte ich immer, den sollte man auch immer haben. Nervös war ich nicht, also jedenfalls in meiner Erinnerung nicht. Ich habe mich damals total darauf gefreut, loszulegen. Das war auch damals ein ganz guter Übergang, also ein guter Übergang, Wechsel mit Michael, den ich ja vorher schon kannte und der ja auch entscheidend daran mitgewirkt hatte, dass ich sozusagen sein Nachfolger wurde. Nein, das war, ich kann mich da auch noch ganz gut daran erinnern, das war übrigens nach dem Spiel Rot-Weiß Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen, die Pressekonferenz, also das allererste Spiel gegen Oberhausen und dann das allerletzte Spiel auch gegen Oberhausen. War das eigentlich unentschieden? 1-1, ja. Ja, ich war voller Tatendrang, voller Respekt, ja klar und natürlich hatte Michael damals hier große Fußstapfen hinterlassen, da braucht man gar nicht drüber zu sprechen. Wie du sagst, sicherlich jemand, der ganz viel auf sich gezogen hat, der den Verein in vielerlei Hinsicht auch gut aufgestellt hatte. Ja, Respekt, ja, Demut, ja und Vorfreude. Und jetzt sind wir sechseinhalb Jahre weiter. Der Rudi Assauer, der legendäre Manager, hat mal gesagt, entweder schaffe ich Schalke oder Schalke schafft mich. Hast du Rot-Weiß Essen geschafft oder hat Rot-Weiß Essen dich geschafft? Ja, das ist eine gute Frage, berechtigte Frage. Ich glaube, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich dann auch gesagt habe, dass ich aufhören möchte, damit sowas nicht passiert, dass nicht irgendwann jemand sagt, boah, der Verein hat dich geschafft oder der hat ihn geschafft. Der muss jetzt hier durch den Hinterausgang irgendwie so verschwinden. Das ist mir wichtig, das war mir wichtig. Rot-Weiß Essen ist ein Traditionsverein, einer der ganz großen deutschen Traditionsvereine, ein ganz, ganz, ganz besonderer Verein. Wem erzähle ich das? Alle Zuschauer, Zuhörer wissen das. Da muss man schon wissen, worauf man sich einlässt und das ist nicht einfach ein Verein, den man so wegmanagt. Da gibt es so viele Randaspekte zu bedenken, so viele Dinge, auf die man sich einlassen muss, auf die man sich emotional einlassen muss. Fußballmanagement ist alles andere als ein 9-to-5-Job. Rot-Weiß Essen schon mal gar nicht. Ich würde sagen, also ich werde immer gut über Rot-Weiß Essen sprechen. Ich hoffe, der Verein auch. Also wir haben uns beide nicht geschafft. Wir haben aber beide gemeinsam, glaube ich, einiges geschafft. So kann man es formulieren. Und ja, damit mit dem Gedanken gehe ich eigentlich auch. Daran anschließend nochmal kurz die DNA von Rot-Weiß Essen. Wann hast du die durchdrungen? Ich kann mich noch gut an die Gespräche erinnern. Wenn du irgendwas erzählst, sagst du immer, aha, ich sag dir dann vorsichtig. Und da sagst du immer gleich, warum seid ihr alle immer so negativ? Warum geht ihr immer vom Schlechtesten aus? Dann habe ich immer gesagt, ja, weil die Vergangenheit genauso schlecht war. Ja, ich weiß, dass wir uns da oft drüber unterhalten haben. Auch durchaus kontrovers. Da bleibe ich auch bei. Also ich behaupte mal von mir, dass ich die DNA von Rot-Weiß Essen schon ganz, ganz lange vorher auch aufgesaugt und auch verstanden hatte. Aber das heißt ja nicht, dass alles, was in der DNA verankert ist, richtig ist. Und diese vielen Traumata, die Rot-Weiß oder die ein Rot-Weiß-Fan so in sich trägt und so diese vielen, am Ende ist es dann immer nicht gut gegangen, so diese Haltung, das ist bei ganz vielen tief verankert. Das habe ich natürlich auch gemerkt und gespürt. Das ist nicht gut. Und ich glaube auch, dass der Verein als Ganzes mit seiner riesigen Fanschar, Fangemeinde sich da das ein oder andere Mal auch ein bisschen im Weg stand. Ralf hat gesagt, wir wollen auch ein bisschen in Erinnerung schwellen. Deswegen würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Es gab sicherlich viele Höhepunkte, aber auch mit Sicherheit ein paar Täler, die man da durchschreiten musste. Deswegen fangen wir vielleicht mal mit dem negativen Anführungszeichen an. Da auch direkt eine Fanfrage. In welcher Zeit bei RW haben Sie am schlechtesten geschlafen? Und ich weiß nicht, das ist gut. Boah. Und ich auch gut. Gute Frage. Schwere Frage. Boah, ich weiß, also so dieses, es gab die eine oder andere schlaflose Nacht, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Also wenn man dann mal Feierabend macht, also wenn man bei Rot-Weiß arbeitet und mal Feierabend macht, man hat nie so richtig Feierabend. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich irgendwie schlecht geschlafen habe. Natürlich gab es Phasen, wo es wirklich problematisch war. Ob das jetzt vor allen Dingen die, ja die erste Phase, die erste Corona-Zeit war, wo keiner wusste, wo es lang ging, wo alle schnell, oder wo wir alle schnell verinnerlichen mussten, dass wir ganz neu, ganz neu denken lernen müssen, dass auf einmal ganz andere Parameter zählen. Ja, sicherlich die Zeit, ich sage es mal rund um die Jahreshauptversammlung 2023, müssen wir auch nicht drüber reden, das war bestimmt keine gute Zeit für den Verein, auch für mich nicht. Also so richtig schlecht geschlafen habe ich nie, aber ja, das würde ich sagen, sind jetzt so auf den ersten Blick die beiden problematischsten Phasen gewesen, ja. Und dann diese lange, lange Regionalliga-Zeit, wo man immer im Oktober, spätes November Klarheit hatte, dass man schon wieder für die nächste Saison planen konnte, weil der Aufstiegszug abgefahren war. Das war sicherlich auch nicht so leicht. So oft habe ich das ja persönlich jetzt nicht miterlebt. Also wir haben es ja irgendwann doch geschafft. Aber klar, das war ja auch irgendwo der Auftrag, als ich damals eingestellt wurde, die Erkenntnis im Verein, dass sich da schon irgendwas verändern muss. Dass das, wenn es so weitergeht, wie du es gerade beschrieben hast, das war ja so dieses und täglich oder jährlich grüßt das Murmeltier. Der Verein, die Mannschaft startet voller Hoffnung in die Saison und ein, zwei, drei Monate später ist dann schon wieder alles vorbei. Ich bin ja mitten in diesem Prozess oder in diesem Prozess auch gekommen und es war schon schnell feststellbar, dass sich der Verein in so einem, ich habe das damals immer so schleichendes Sichtum befand. Von daher auch schnell klar, wir müssen irgendetwas verändern, wir müssen irgendetwas komplett verändern, um halt da einen Umschwung reinzubekommen, weil da können wir uns alle auf den Kopf stellen. Es geht alles, 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 alles über den sportlichen Erfolg eines Vereins. Alles, was dann folgt und was dranhängt, Aufgaben des Vereins, Wirkung des Vereins etc., kann nur dann funktionieren, wenn der sportliche Erfolg da ist. Und das war auch schnell klar, dass es darum gehen wird, Maßnahmen zu treffen, die Wahrscheinlichkeit auf sportlichen Erfolg zu erhöhen. Wann wurde der Schalter umgelegt mit dem Kommen von Sascha Pellian und seiner Zusage? Da gibt es Geld? Naja, bevor wir die Zusage dann von Sascha hatten, gab es ja schon eine mehrmonatige Vorarbeit. Und ich würde sagen, dass das so mit dem Sommer, Herbst 2018 begonnen hatte. Wir waren ja 2018 in die Saison auch schon wirklich gut gestartet. Da waren wir auch der Meinung, dass wir schon auch einiges zum Positiven verändert hatten. Aber auch dann ist wieder genau, da ist dann wieder das passiert, was die Jahre zuvor passiert war. Dann gab es im September, Oktober diesen unerklärlichen Cut, diesen Abriss. Und ab da lief die Saison dann auch wieder ins Mittelmaß. Und spätestens da war für uns, für mich, das Signal, wir müssen anfangen, die Strategie komplett zu verändern. Und ja, klar. Die dann lautete, wie? Die Strategie? Ja, wie ich es gerade gesagt habe. Dinge zu unternehmen, Dinge anders zu machen, die es erlauben, die Wahrscheinlichkeit auf sportlichen Erfolg zu erhöhen. Sprich, den Verein in einer Art und Weise, die den Verein nicht belastet, beziehungsweise nicht groß belastet, in die Lage zu versetzen, vor allen Dingen in der Kaderplanung, in der sportlichen Herangehensweise in Vorleistung zu gehen und wesentlich ambitionierter planen zu können. Sowohl in Steine als auch in Beine. Weil es ging ja schon dann darum, auch in der gesamten Professionalität rund um die erste Mannschaft einiges zu verändern. Und das war sicherlich ein Meilenstein, das Kennenlernen von Sascha und auch schnell, glaube ich, die Chemie, die stimmte. Das haben wir schnell gemerkt zwischen uns beiden. Und das habe ich auch damals gemerkt. Ja, die Lust von Sascha, wirklich mitzuwirken daran, intelligent mitzuwirken daran, Dinge zu verändern, ohne dass er sich in irgendeiner Weise da in den Vordergrund stellen wollte. Und ja, das hat Gott sei Dank funktioniert. Und ich glaube, man kann sagen, dass dann so mit dem Sommer 2019 schon ein Paradigmenwechsel eingesetzt hatte bei Rot-Weiß-Essen. Würden Sie sagen, der Aufstieg in die dritte Liga, endlich Rückkehr zum Profifußball, nach vielen, vielen Jahren Regionalliga, so das Highlight ist halt das Erste, was einem wahrscheinlich einfällt, wenn man so zurückdenkt an die Jahre bei RWE? Die ganze Saison mit dem Böllerwurf und was da alles dranhängt. Ja, genau. RWE wäre nicht RWE, wenn es, es war ja irgendwie klar, dass auch das nicht einfach läuft und nicht rund läuft. Die Saison davor mit diesem epischen Zweikampf mit Borussia Dortmund und dann die Aufstiegssaison, ich glaube, das war auch ein epischer Zweikampf, dann fast ein epischer Zweikampf mit Preußen Münster, mit all diesen Irrungen und Wirrungen und all diesen Dramen. Rot-Weiß-Essen kann ich ohne Drama, der Böllerwurf, also alles andere als geradlinig, aber am Ende dann, dass wir das wirklich geschafft haben, vor allem wie wir es dann geschafft haben, weil zwei Spieltage vor Ende deutete nichts darauf hin, dass wir am Ende dann doch noch vorne stehen werden. Ja, natürlich war das das Highlight und ich glaube, da kann sich jeder von uns oder von den Leuten da draußen auch noch daran erinnern, was das mit der Stadt damals gemacht hatte. Das war ja wirklich eine emotionale Eruption hier in Essen und Umgebung. Das war schon großartig. Ich bin in meiner Karriere zuvor zweimal aufgestiegen mit Amina Bielefeld in die zweite Liga, nicht im Ansatz zu vergleichen. Nicht im Ansatz zu vergleichen hier mit dem, was hier in Essen los war. Ja, es gehen so die Pokalspiele, die DFB-Pokalspiele, die gehen natürlich so ein bisschen unter immer in dieser Rückbewertung. Leider auch in Corona-Zeiten, das Highlight gegen Leverkusen. Ja, Bielefeld, Düsseldorf, Leverkusen, absolute Highlights. Leider, leider unter Corona-Aspekten gelaufen, quasi ohne Zuschauer, so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber für den Verein natürlich auch eine immense Bedeutung, bis ins Viertelfinale einzuziehen als Regionalliges damals. Und das dürfen wir auch nicht verkennen in dieser schwierigen Corona-Zeit natürlich auch so ein bisschen die Lebensversicherung für Rot-Weiß-Essen. Vielleicht dazu noch eine Fanfrage, weil sie gerade irgendwie passt. Welcher Moment hat sie emotional am meisten ergriffen? War es dann der Aufstieg oder gab es da vielleicht? Doch, das war schon, das war schon, ja, das war ganz klar der Aufstieg. Also das muss man sagen, kann mich noch gut daran erinnern. Unser Spiel hatte ein paar Minuten näher angefangen, in Münster wurde noch gespielt und dann war Schluss bei uns. Gefühlt eine Sekunde später war der ganze Platz, war das ganze Stadion, also der ganze Rasen überflutet mit Menschen. Ich war da einige Minuten wirklich im Tunnel, weil ich die ganze Zeit auf meinem Handy wie verrückt auf Aktualisieren gedrückt hatte, weil in Münster ja noch gespielt wird. Ich bin dann auch mal irgendwie kurz ausgerastet, so nach dem Motto, was sind denn alle, die so verrückt in Münster wird auch noch gespielt. Ja, Münster hätte aber, glaube ich, noch vier Tore schießen müssen in fünf Minuten. Und trotzdem hatte es damals ein paar Minuten gedauert, bis ich dann auch realisiert hatte. Ja, wir sind aufgestiegen. Da hast du diese hellige Kappe getragen, die heute noch im Archiv haben, das Bild. Du sahst ein bisschen angeschlagen aus danach, muss ich sagen. Ja, ich glaube, es gibt keinen Spieler oder Mitarbeiter oder Verantwortlichen, der an dem Abend nicht angeschlagen war. Ja, stimmt, aber man hat es mir angesehen. Da ist schon ganz schön Last und ganz schön Druck abgefallen. Jetzt gibt es sicherlich einige auch von unseren Zuschauern, das wissen wir, die auch in diesem Jahr, in dieser Saison vom nächsten Aufstieg schon geträumt haben. Da hat man mal kurz angeklopft. Im Endeffekt hat es nicht gereicht. Sind uns alle einig, haben wir hier auch analysiert. Trotzdem eine sehr gute Saison. Aber zwischendurch fängt man dann trotzdem auch an zu träumen, wenn man dann sieht, wir stehen da oben, wir spielen da richtig gut mit. Ja, man fängt an zu, also klar, unser Umfeld durfte anfangen zu träumen, ist auch völlig legitim. Ja, ich glaube, als Verantwortlicher träumt man nicht, sondern man bewertet natürlich immer Situationen und ja klar, natürlich beschäftigt man sich dann auch mit Alternativ-Szenarien. Wir durften, wir mussten, wir durften zweigleisig planen, also erstmalig nicht für dritte und vierte Liga, sondern für die dritte und für die zweite Liga. Das macht auch was mit einem. Und natürlich war die Hoffnung da. Ich glaube aber, dass wir das alle ganz gut und auch ganz realistisch einordnen konnten. Wenn alles perfekt gelaufen wäre, wenn auch noch eine Menge Glück dazugekommen wäre, dann hätte man das sicherlich schaffen können in dieser verrückten dritten Liga. Am Ende des Tages, das ist immer mein Spruch, die Tabelle lügt nicht. So, wir sind als Siebter quasi dann aus der Saison gekommen und ich glaube, das passt auch schon so. Der Aufstieg, natürlich hätten wir den gerne mitgenommen und wir hatten oft die Diskussion, kommt ein Aufstieg zu früh? Ein Aufstieg kommt nie zu früh. Das musst du mitnehmen. Du musst versuchen, alles dafür zu tun, dass du es schaffst. Ich glaube, das haben wir auch. Es hat am Ende des Tages nicht ganz gereicht. Da gibt es auch Gründe für, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, jeder von uns hätte vor der Saison sofort unterschrieben, wo ist der Kugelschreiber, wenn uns einer den siebten Platz angeboten hätte. Von daher alles in Ordnung. Tja, das stimmt allerdings. Jetzt ist es so, RWE steht vor einem Umbruch, nicht in die Mannschaft natürlich, schon viel drüber gesprochen, aber auch im Vorstand. Wie beobachten Sie das Ganze jetzt? Sind natürlich nicht mehr Leitner, nicht mehr die Geschicke, sind jetzt quasi Fan, Zuschauer, wie auch immer. Was glauben Sie, wie bewältigt RWE da jetzt diese, weil es sind ja schon irgendwie große Aufgaben, die da anstehen? Man will sich noch weiter etablieren, vielleicht den nächsten Schritt sogar gehen? Ja, klar. Also ich beobachte das. Ich war bis letzte Woche natürlich auch in diesem Prozess involviert. Es gibt sehr, sehr viel zu tun. Es gibt in der Tat einen größeren Umbruch, auch vorstandsseitig, vielleicht auch in der Mitarbeiterschaft. Das wird man dann im Anschluss bewerten, wie das gelaufen ist. Es ist immer Chance und Risiko. Ich habe jetzt mit Alexander Rang einige Monate zusammengearbeitet. Ich glaube, wir haben wirklich sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Marc-Nikolai Pfeiffer, den ich kenne und schätze, der dann im Sommer kommen wird, der bewiesen hat, dass er einen Verein dieser Kategorie managen kann. Er hat 1860 München überlebt. Ist auch nicht so ganz einfach. Ich gehe davon aus, dass die beiden das schon hinkriegen werden. Aber in der Tat, es steht ein größerer Umbruch an. Es sind viele Themen. Man hat immer viele Themen bei Rot-Weiß Essen. Ich drücke den beiden aber natürlich alle Daumen, dass sie schaffen. Ja, sportlich glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es so einen großen Umbruch gibt. Ich weiß, dass insbesondere Personalthemen, Personalgeschichten medial immer sehr, sehr gerne aufgegriffen werden. Manchmal vielleicht auch ein bisschen aufgebauscht werden. Ich habe hier totales Vertrauen in unsere sportliche Leitung. Christian Flügmann, Markus Stegmann. Insbesondere dann auch in Christoph Dabrowski. Die drei machen das. Die Dinge laufen geräuschlos. Alle Transfers, die wir bisher getätigt haben, machen für mich absolut Sinn. Da sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Jetzt gibt es Fans, die sehen das alles nicht so geräuschlos zurzeit. Das gehört zur RWE-DNA. Du hörst am 31. Mai auf. Der neue Konta am 1.7. Da ist schon mal eine Lücke. Dann überlegt der Aufsichtsratschef auch, wann er den richtigen Ausstiegszeitpunkt für sich wählen wird. Hinten in den Kulissen gibt es Abgänge von verdienten alten Mitarbeitern. Ich denke an Rainer Koch. Ich glaube, Claudia Gerig hört auch auf. Nein? War das ein Gerücht? Okay. Aber man hat im Moment das Gefühl, RWE häutet sich gerade so ein nicht auf der sportlichen Ebene, sondern auf der Ebene darüber, dahinter, wie auch immer. Es ist schon jetzt ein gewaltiger Umbruch, der da ansteht. Ist es so glücklich, dass du jetzt einen Monat, bevor der neue da ist, aufgehört hast? Wäre es nicht besser gewesen, zum 30.06. auszusteigen? Das ist spekulativ. Die Vereinbarung, dass ich zu Ende Mai gehe, die steht ja schon seit längerem. Und ja, ich glaube, dass es lange Zeit auch darum ging, wann kann Marc-Nikolai Pfeiffer einsteigen als Vorstandsvorsitzender. Gut, ja, gab es offensichtlich keine Einigung mit 1860 München auf einen vorzeitigen Ausstieg. Man hat anscheinend rot-weiß kalkuliert, dass man zum 1.06. in den neuen Jahren hat. Ja, das kann und will ich gar nicht so richtig beurteilen. Sache des Aufsichtsrates. Ja, es stimmt. Einige personelle Veränderungen. Ich habe es gerade schon gesagt. Eine spannende Zeit. Aber trotzdem, ich traue dem Verein erst zu, das zu managen. Sie haben gesagt, Sie kennen Marc-Nikolai Pfeiffer. Wie kann man sich das vorstellen? Gab es da mal ein Telefonat? Gibt es da so eine Art Übergabe, jetzt mal fein formuliert, oder gibt man vielleicht noch, keine Ahnung, einen Tipp mit? Drei Dinge, die du wissen musst, wenn du Vorstand bei RWE bist, so platt gesagt. Also wir kannten uns vorher schon. Also in der Liga kennt man sich. Man trifft aufeinander. Man sieht sich bei Spielen. Man trifft sich im Liga-Kontext bei den Manager-Tagungen. Von daher kannten bei uns. Ich kannte ihn sogar schon ein bisschen länger. Aus seiner Vor-Vortätigkeit bei Hummel hatte ich damals irgendwann mal mit ihm zu tun. Bei Arminia Bielefeld. Also wir kennen uns schon wirklich relativ lange. Ja, so jetzt haben wir natürlich seitdem feststeht, dass er kommt. Telefonischen Austausch. Wir haben uns auch schon drei, vier Mal getroffen. Werden sicherlich auch noch ein paar Mal telefonieren. Natürlich aufgrund des zeitlichen Versatzes ist jetzt nicht so eine Übergabe beziehungsweise Einarbeitung möglich, wie damals zwischen Michael Welling und mir. Wir haben ja einige Wochen zusammen quasi den Vorstand bekleidet. So. Von daher glaube ich, kann ich ganz gut bewerten, was er kann, wie seine Managementfähigkeiten sind. Ich hoffe, aber da mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen, dass er weiß, worauf er sich hier einlässt. Und das meine ich gar nicht negativ. Das meine ich auch da voller Respekt. Rot-Weiß Essen ist mehr als ein normaler Verein. Man muss sich voll und ganz auf diesen Verein einlassen, auch auf viele, viele Emotionen und viele Gruppierungen, die es rechts und links gibt. Aber das traue ich ihm zu und wünsche ihm da auch alles Gute für. War das mal ein Fernziel? Das ist zwar nicht offiziell verkündet worden, da haben wir aber öfter im Kleinkreis darüber gesprochen. Für dich war das Ziel, Rot-Weiß Essen in die Liga zu führen. Ich sage jetzt mal nicht, welches Datum. Das Jahr habe ich noch im Kopf. Aber du hast das Ziel jetzt nicht erreicht. Wie sehr schmerzt das? Ach, gar nicht. Bleibt eine Aufgabe offen, kommst du nochmal zurück. Ich habe das ja in keinster Weise als mein Ziel deklariert. Das ist für mich ein Ziel, was nach wie vor da ist, was man sich auch halten sollte. Ich habe damals gesagt, Rot-Weiß Essen von der Größe der Stadt, von der Bedeutung des Klubs, von der Kraft dieses Klubs und vom Potenzial muss das Ziel haben, irgendwann zu den Top 25 in Deutschland zu zählen. Und ich glaube, einen wichtigen Schritt in die Richtung haben wir gemacht durch den Aufstieg. Wir haben auch nach dem Aufstieg gesehen, dass eine Entwicklung da ist von der ersten Drittligasaison hin zur zweiten Drittligasaison. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Kleinigkeiten gefehlt haben. Ja, die haben gefehlt. Aber es waren halt auch wirklich Kleinigkeiten. Sonst hätte es vielleicht in diesem Jahr schon geklappt mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga. So, dann wäre man schon Top 36 gewesen. Mit Top 25, das habe ich mal formuliert, im Jahr 2025 zu den Top 25 zu zählen, ist eigentlich immer noch möglich. Ich glaube, das Jahr ist gar nicht so wichtig. Das hörte sich damals gut an, das passte gut zusammen. Aber Rot-Weiß-Essen sollte schon das Ziel haben. Das glaube ich auch, dass das überhaupt nicht vermessen ist, sich so weiterzuentwickeln, dass man irgendwann zu diesen Top 25 Klubs in Deutschland gehört. Das wollen einige, das wollen viele. Das wird nicht einfach. Die Konkurrenz schläft nicht. Aber Rot-Weiß-Essen hat allemal das Potenzial dazu. Du hast von vielen kleinen Schritten gesprochen. Wäre ein großer Schritt, die vier Ecken ist, endlich zuzukriegen, dass das Stadion komplett wird und die Kapazität sich ausweitet. Ist das auch noch ein Baustein für die zweite Liga? Absolut. Ich bin heilfroh, daran wirklich auch noch vielleicht auch ein bisschen gestaltend mitgewirkt haben zu dürfen, zu können, dass zumindest die ersten politischen Voraussetzungen geschaffen worden sind, diesen Traum wahr werden zu lassen. Das Stadion, in dem wir spielen, das Stadion an der Hafenstraße, schön und gut, aber ja, es ist ausbaufähig im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, das habe ich schon zigmal gesagt. Aspekt Stimmung, Aspekt Witterungseinflüsse, Regen, Wind, Aspekt Zuschauerkapazität, Ticketing-Einnahmen, Aspekt Komfort, Aspekt Hospitality, Logen etc., wo wir jetzt gemerkt haben, dass wir in der Dritten Liga da quasi am Anschlag sind, also quasi sowas wie ein Ausverkaufsszenario haben. All das spricht dafür, dieses Stadion zu ertüchtigen und ja, mindestens mal Zweitliga-tauglich zu machen. Mit Blick auf die Uhr, ich biege mal so langsam auf die Zielgeraden ein, bevor ich noch so ein paar Fanfragen stelle, weil wir haben den Fans versprochen, dass wir die auch heute hier klären. Vielleicht noch die Frage, Sie haben gesagt, LWE ist ein sehr, sagen wir mal, intensiver Verein. Braucht man da jetzt erstmal Abstand, erstmal Urlaub? Ja, so ist der Plan, so ist der Plan. Also ich habe mich ganz bewusst wenig bis gar nicht mit irgendwelchen beruflichen Zukunftsperspektiven bislang beschäftigt. Natürlich werde ich damit jetzt anfangen. Es gibt ein, zwei lose Ideen, aber wirklich noch überhaupt nichts Konkretes und ja, die nächste Zeit, die nächsten Tage, Wochen werden sicherlich dadurch geprägt, dass ich versuche, Abstand zu gewinnen und einfach auch mal viel freie Zeit für mich zu genießen, ganz klar. Ist wahrscheinlich auch in den letzten Jahren oftmals dann so ein bisschen hinten übergefallen, ne? Das kann man so sagen, ja, das kann man so sagen, das lasse ich einfach mal so stehen, das stimmt, ja. Dann, wenn Ralf der Wohnort bleibt, also du bleibst im Ruhrgebiet, im Ruhrgebiet gehalten. Genau, ich möchte hier bleiben, ich werde hier bleiben und ja, sehe auch hier meine Zukunft und dementsprechend auch meine berufliche Zukunft, ja. Wir sind gespannt. Dann direkt die erste Frage eines Fans, ich würde jetzt einfach mal die, die wir noch nicht geklärt haben, abarbeiten. Ist eine RWE-Rückkehr für immer ausgeschlossen? Nein, also im Fußball sollte man nichts ausschließen und möchte ich ganz sicher auch nicht ausschließen. Das ist und bleibt mein Verein und nochmal, ich gehe ja nicht, ich gehe ja nicht, weil ich vom Hof gejagt werde oder weil ich der Meinung bin, dass alles schlecht war. Das ist jetzt einfach aus verschiedenen Gründen mal gefühlt der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich gehe raus, ich mache was anderes. Aber eine Rückkehr zur RWE ausschließen? Nein, auf gar keinen Fall. Aber eine Rückkehr wird hier auf jeden Fall angefordert. Kommen Sie ins Stadion, wenn das erste Spiel mit geschlossenen Ecken stattfindet? Also sollte ich auf jeden Fall. Ich wünsche mir total, dass das klappt, dass dieses Projekt auch störungsfrei dann umgesetzt wird. Und ja, wie gesagt, ich habe ja eine Dauerkarte auf Lebenszeit bekommen. Also ja, da werde ich hundertprozentig das ein oder andere Mal Gebrauch von machen. Und ja, das erste Spiel mit den geschlossenen Ecken, das wäre ein absolutes Highland. Klar, wäre ich da gerne dabei. Dann ein großes Thema. Also dazu haben wir so viele Fragen bekommen. Vielleicht können Sie es kurz erklären. Offensichtlich fragen das viele Fans. Warum schafft RWE es nicht, große Sponsoren zu finden? Ist auch so ein leidiges Thema, haben wir ja auch. Ja, das ist so ein Dauerthema, was ja auch meine ganze Amtszeit begleitet hat. Und natürlich kriegt man auch die Diskussion in den Foren und so weiter und so fort mit. Ist ja Quatsch. Also ich darf an der Stelle einmal auf unseren aktuellen Hauptsponsor, auf IFM verweisen, wo wir es, glaube ich, geschafft haben, eine überragend gut funktionierende Kooperation hinzubekommen. IFM ist ein weltweiter Player, ist ein Riesenkonzern. Vielleicht sind die in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen unterm Radar. Ich glaube, da haben wir einen richtig guten Partner gewonnen. Und wir haben, wer das auch ein bisschen genauer verfolgt hat, diese Partnerschaft über Jahre sukzessive ausgebaut. Das ist mal das eine. Das andere, und ich glaube, diesen Namen kennt in Essen jeder, der sich auch mit Hot-Weiß-Essen beschäftigt. Naja, auch jeder sonst. Vielleicht hat das dann der ein oder andere dann doch nicht mitbekommen. Wir haben es in der letzten Saison geschafft, die RWE AG wieder zurückzuholen, so will ich es mal beschreiben. Wieder eine Partnerschaft einzugehen, die absolut werthaltig ist, die groß ist und die für mich auch absolut perspektivisch noch weiterzuentwickeln ist. Also das kann ich jetzt nicht erkennen, dass da dem Verein nichts gelungen ist. Ich habe mich da schon so oft zu geäußert. Aber die Fragen kommen offen. Ja, ich gebe immer die gleiche Antwort. Ich hoffe, dass die Antwort eindeutig genug war. Natürlich wünscht man sich immer mehr. Und ja, klar, wir wissen, welche Konzerne, welche Unternehmen hier in Essen beheimatet sind. Das ist nicht so einfach und es ist nicht so, dass man einen großen Konzern als Sponsor gewinnt durch ein, zwei Telefonate. Das sind oft dann jahrelange Vorarbeiten. Da ist so viel hintergründiges Ideenaustausch. Da sind verschiedene Abteilungen am Berke. Da sind auch jetzt wieder einige Dinge im Fluss. Aber nochmal, es ist nicht so einfach. Trotzdem ist schon einiges gelungen, wie ich es gerade erklärt hatte. Und ich darf an der Stelle sagen, wenn man mal die Gesamteinnahmen aus Sponsoring sieht, die Entwicklung der Gesamteinnahmen aus Sponsoring, dann ist das eine absolut über die letzten Jahre nach oben gehende Kurve. Ne, es ist keine Kurve, es ist eine Gerade. Eine linear nach oben gehende Gerade. Von daher ist die Entwicklung da absolut positiv. Es geht immer noch mehr. Ich weiß, dass der Verein dabei intensiv daran arbeitet. Das ist ja ein Rang, um einen Namen zu nennen, der viele Klinken geputzt hat in letzter Zeit. Ja, Klinken geputzt hat, Klinken putzt. Ich glaube, manchmal machen sich die Fans das ein bisschen zu einfach. So nach dem Motto, da ist jetzt ein neuer Vertriebsvorstand. Ach, das dauert jetzt drei Monate. Der macht das schon. Der ruft mal hier an, mal da an. Und dann gibt es einen Bierdeckelvertrag, der wird unterschrieben. Das ist schon komplexer. Und wir haben auch so viele Dinge noch zusammen gemacht, so viele Schritte anberaumt. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass da in dieser Saison noch einiges passieren könnte. Ja, wir sind auch gespannt. Aber es ist auch schon einiges passiert. Das stimmt. Das stimmt. Dann noch eine Frage zum Nachfolger. Wie erklärt man seinem Nachfolger RWE in drei Worten? Und was könnte er vielleicht sogar besser machen als Sie? Ach, also RWE in drei Worten zu erklären, das wird mir nicht gelingen. Das gelingt keinem. Intensiv hatten wir ja schon. Ja, ähm, ja. Mein Vorher hat immer gesagt, rotzig. Ja, rotzig, ja. Das ist so ein Marketing-Sprech, weiß ich nicht. Rot-Weiß Essen ist ein Verein voller Ambivalenzen, voller Widersprüche. Das meine ich gar nicht negativ, aber das muss man einmal verinnerlichen. Also ich glaube schon, da wird es auch noch ein paar Gespräche geben, dass es mir gelingen wird, halbwegs ein Gefühl bei Marc für diesen Verein zu entwickeln. Das habe ich ihm auch versprochen. So, das war der eine Teil der Frage. Der andere Teil war, was kann er auch besser machen? Was könnte er vielleicht sogar besser machen als Sie? Sollen andere bewerten. Ich habe mehrfach schon gesagt, wenn ich selbst kritisch über diese sechseinhalb Jahre schaue, dann war sicherlich nicht alles richtig. Aber ich glaube, die Mehrzahl der Themen, der Entscheidungen, ja, und auch, glaube ich, der Zahlen, der Erfolge gibt einem da schon recht. Die Mehrzahl der Themen ist richtig gelaufen. Das sollen dann andere bewerten. Also ich kann, das müsste jeder wissen, der im Berufsleben steckt. Wer ist frei von Fehlentscheidungen, von Fehlern? Niemand, der Fußball oder der Profifußball hat dann vielleicht so die unangenehmen Effekte oder Eigenschaften, dass alles sofort öffentlich sichtbar ist und diskutiert wird und ja, Stammtischthemen zu Stammtischthemen werden. Aber es gibt keinen, der keine Fehler macht. Ja, und von daher finde ich die Frage jetzt an der Stelle unberechtigt. Es geht einfach darum, diesen Verein, ich glaube, wir haben den Verein auf ein nächstes Level gehievt. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Die Struktur ist gut, die Struktur ist sicher, die Struktur ist nach wie vor natürlich ausbaufähig. Ich glaube, Marx sollte schnell ein Gefühl dafür kriegen, wie diese Struktur ist, was hier richtig läuft und auch schnell ein Gefühl dafür kriegen, welche Themen angepackt werden müssen, damit da noch mehr kommt. Am Ende des Tages geht es ums Geld. Da brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Die Stadionkapazität, Stichwort Ticketing-Einnahmen, ist endlich. Über Sponsoring geht sicherlich immer noch ein bisschen mehr, aber vielleicht auch nicht so im ersten Schritt so viel mehr, weil da sind wir schon ganz gut. Werden wir beobachten. Und die letzte Frage ganz, ganz kurz. Trinkt man im Hause Ulrich Stauder? Ja, selbstverständlich. Das wird auch so bleiben. Gutes Schlusswort. Ich beende mal hier die XXL-Folge, bevor ich das letzte Wort an Ralf gebe. Da habe ich das versprochen. Schon mal verabschieden Sie, Herr Ulrich. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke, dass ich da sein durfte. Alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, den Talk verfolgen Sie weiterhin. Auf jeden Fall. Und vielleicht komme ich ja nochmal in eine andere Rolle hier hin. Ja. Herzlich willkommen. Die Tür steht immer offen. Wir bleiben im Austausch. Die Tür steht immer offen. Und dann übergebe ich das letzte Wort an Ralf. Ich möchte nochmal sentimental werden. Wir haben ja eine Menge Gespräche geführt, die auch emotional verlaufen sind, kontrovers verlaufen sind. Wir haben uns auch mal gestritten. Auch. Ich kann mich noch an Telefonate erinnern, die so um elf begannen bei dir, weil du dann die Geschäftsstelle verlassen hast, aus dem Auto raus. Es wurde Mitternacht. Meine Frau hat schon die Augen verdreht, ist ins Bett gegangen, wir haben immer noch weiter diskutiert. Aber am Ende des Tages haben wir es immer geschafft, dass wir beide die Meinung des anderen akzeptiert haben. Und dafür wollte ich mir einfach nur bedanken bei dir. Ja, gerne. Und ich möchte sagen, Ralf, ohne dass jemand das Gefühl haben sollte, dass ich das jetzt sagen muss. Aber wir haben ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Es kann nicht sein, dass man als Verantwortlicher im Fußball einerseits und als Medienschaffender andererseits immer einer Meinung ist. Ich glaube, wir hatten immer eine gute Haltung in unseren Kontroversen und eine gute Streitkultur. Wir waren nicht immer einer Meinung. Aber ja, ich glaube, unser Verhältnis war immer gut, professionell und auch gut, glaube ich. Und ja, dafür ebenfalls danke. Okay. Schönes Schlusswort. Danke fürs Zuschauen, XXL-Folge. Aber ich denke, das ist heute angebracht und auch völlig in Ordnung. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Danke. Nur der RWE.